Willkommen zu einer kleinen Zelda Breath of the Wild Challenge. Ja, ich wollte es schon immer einmal machen, Challenges in Zelda Breath of the Wild. Und heute geht es darum, blauen Leun zu besiegen, ohne, ja, ohne wirkliche Hilfsmittel. Okay, Moment, ich mach's mir schwerer, dafür will ich aber auch mehr Likes, okay? Deaktivieren, 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 okay. Dafür will ich aber auch eine ordentliche Like-Anzahl sehen, okay? Dafür, dass ich mir hier die Scheiße antue. Also ja, ich hab 13 Herzen, ich hab ein bisschen Ausdauer. Eigentlich erhöhe ich lieber Ausdauer, aber ich bin kurz mal zu dieser Dämonen-Statue gegangen, damit ich das Master Sword bekomme und, ja. Nein, nicht den Bogen auspacken. Mann, ich hab's den Bogen. Ja, natürlich kann er so schießen. Mann, was ist das für ein Sohn? Wo ist das? Das ist schon... Och, schon fängt's an, das Wild hat nur eine Fee. Ah, jetzt geb ich ihm aufs Maul. Ah, das läuft doch eigentlich gerade ganz gut, oder? So schwer kann es doch nicht sein. Nein! Nein! Ach, komm, okay, welche Waffe soll ich ausrüsten? Ich wär für das schwer. Was? Gebst du mich verarschen? Der zerstört alle meine Waffen. Okay, dann in Felden später. Aber ich muss aber ein bisschen, äh, was verlieren bei einer Challenge, oder? Ja, komm, das will ich jetzt schon schaffen. Moment. Sag mal, bin ich irgendwie dumm? Okay, ich mach's mir noch schwerer. Leider ist mir das erst jetzt aufgefallen. Okay. Ja, jetzt bin ich ein One... Jetzt mach... Äh, bekomm ich ein One-Hit. Ach du Scheiße, was geh ich überhaupt... Nein! Und gerade hat mich nur berührt. Nein! Was? Ich hab... Ich bin doch kein One-Hit. Okay, geil. Nein! Mein Schild! Ach komm, ich hab kaum gute Schilder. Moment. Ähm... Ja, der hat Elektro-Pfeiler, also bleib ich lieber bei Holz. Ja, komm. Das mach ich jetzt. So schwer kann es doch nicht sein, einen Leuten in Unterhose zu besiegen, oder? Oh nein. Oh. Jetzt gib ihm aufs Moll. Wie konnte ich jetzt nicht erwischt werden? Ach du Scheiße, das ist jetzt knapp. Moment. Nein, ich würde auch... Ich würde auch investieren, ich wäre raus. Das ist selbe, wo er hat. Aber ich glaube, ich gewinne es. Vielleicht werde ich das Format weiterführen mit Challenges. Aber ihr müsst bedenken, dass ich auf der Wii U kein, ähm... Wie sagt man denn, dass ich den DLC nicht hab. Das heißt, goldene Leuen können schon mal nichts sein, oder goldene Bocklins. Gibt's überhaupt goldene Bocklins? Also ja, dummer Bocklin natürlich. Den gibt's. Aber ich mein, so richtige, ähm... Im Spiel. Ja, eigentlich schon. Woher sollte er dann es zu sein haben? Oder er hat sich selbst gemacht? Keine Ahnung, was weiß ich. Aber ich habe gewonnen. Ich habe gewonnen. Okay, schreibt mir schwere Challenges in die Kommentare und ich werde sie dann machen. Also bis zum nächsten Part. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.